Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von E-Learning Kraftfahrzeugtechnik mit Gerald Schneehage. Heute wollen wir uns mal mit dem Zwei-Wege-Katalysator des Dieselmotors beschäftigen. Der Zwei-Wege-Katalysator ist ein reiner Oxidationskatalysator und bekommt den Namen Zwei-Wege-Katalysator daher, da er zwei giftige Abgasbestandteile, nämlich Kohlenwasserstoff und Kohlenmonoxid, umsetzt in CO2 und H2O aufgrund des Oxidationsprozesses. Der Keramikkörper im Katalysator ist wabenförmig konstruiert, um letztendlich eine möglichst große Oberfläche zu schaffen. Der Keramikträger, die eigentliche Wabenform, wurde gewählt, da der Katalysator sehr, sehr hohen Temperaturbelastungen ausgesetzt ist und der Keramikträger letztendlich nicht aufgrund der Temperaturbelastungen zerstört werden soll. Auf den Keramikträger ist ein sogenannter Waschcode aufgebracht und dieser Waschcode ist letztendlich nichts anderes als eine Aluminiumoxidbeschichtung und in dieser Aluminiumoxidbeschichtung, die die Oberfläche nochmal vergrößert, wurde letztendlich Platin eingebracht, denn Platin fördert den Oxidationsprozess von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff. Das heißt also, aufgrund des Oxidationsprozesses, den man im Katalysator anregen will, hat man also in diesem sogenannten Waschcode das Platin eingebracht. Ja, die Abgase strömen also vom Motor her durch den Zweiwegekatalysator hindurch und da haben wir zunächst erstmal den Abgasbestandteil Ruß. Ruß entsteht aufgrund einer unvollständigen Verbrennung von Dieselkraftstoff oder auch beim zu fetten Kraftstoff-Luftgemisch kann der Dieselkraftstoff nicht vollständig verbrennen, wodurch Ruß entsteht. Der Ruß strömt hier einfach durch den Katalysator, durch den Oxidationskatalysator hindurch und hier findet keinerlei Reaktion mit dem Katalysator statt. Dann haben wir SO2. SO2 ist Schwefeldioxid. Schwefeldioxid entsteht aufgrund der Verbrennung. Bei der Verbrennung geht Sauerstoff mit Schwefel eine Verbindung ein zu SO2 Schwefeldioxid, einem weiteren abgiftigen Abgasbestandteil. Unsere Dieselkraftstoffe sind zwar grundsätzlich schwefelfrei, aber aufgrund dessen, dass auch ein schwefelfreier Kraftstoff noch einen geringen Anteil an Schwefel besitzen darf, nämlich kleiner 15 Parts per Million, entsteht natürlich auch bei der Verbrennung Schwefeldioxid, was ebenfalls durch den Katalysator hindurchströmt und an dem ebenfalls keinerlei Reaktion stattfindet. Dann haben wir den Abgasbestandteil Stickoxid. Stickoxide entstehen unter hohen Temperaturen und unter hohen Drücken. Da geht nämlich der Sauerstoff mit dem Stickstoff eine Verbindung ein zu NOx und da gibt es dann eine Vielzahl von unterschiedlichen NO-Verbindungen, deswegen NOx. Zu NO kommen wir nachher nochmal zurück, beziehungsweise zu NOx, weil das spielt in unserem Katalysator gerade bei den Motoren mit Rußpartikelfilter schon eine Rolle. Ansonsten strömt das NOx so durch den Oxidationskatalysator hindurch. Ja, als weiteren Abgasbestandteil haben wir dann H2O Wasser und dieses Wasser bildet sich bei der Verbrennung aus der Reaktion von Wasserstoff aus meinem Dieselkraftstoff mit dem Sauerstoff aus meiner Luft, wodurch dann ganz normal bei einer Verbrennung H2O Wasser entsteht. Als weiteren Abgasbestandteil haben wir CO2 und CO2 bildet sich aufgrund der Verbrennung von Kohlenstoff und Sauerstoff. Da gehen Kohlenstoff und Sauerstoff eine Verbindung ein zu CO2, ein ebenfalls ungiftiger Abgasbestandteil, der allerdings für die Klimaerwärmung verantwortlich gemacht wird. Dieser strömt ebenfalls gerade durch den Katalysator hindurch, ohne eine Reaktion auszulösen. Dann haben wir CO, Kohlenmonoxid, entsteht ebenfalls bei der Verbrennung von Kohlenstoff und Sauerstoff. Hier sind Kohlenstoff und Sauerstoff unvollständig verbrannt, wodurch Kohlenmonoxid CO entsteht. Das Kohlenmonoxid reagiert an der katalytischen Schicht im Katalysator mit Sauerstoff zu CO2, einem wiederum ungiftigen Abgasbestandteil, der dann letztendlich aus meinem Katalysator wieder herausströmt. Als weiteren Abgasbestandteil haben wir dann HC, unverbrannte Kohlenwasserstoffverbindung, das heißt also unverbrannter Kraftstoff. Und dieser Kraftstoff und dieser unverbrannte Kraftstoff reagiert ebenfalls an der katalytischen Schicht im Katalysator mit Sauerstoff zu H2O, also entsprechend wieder Wasser und zu CO2, Kohlendioxid, zwei ungiftigen Abgasbestandteilen, die dann letztendlich aus meinem Katalysator wiederum heraustreten. Ja, für unsere Motoren mit Dieselpartikelfilter-System ist es wichtig, dass letztendlich NO, also eine NOx-Verbindung, NO, eine Verbindung aus Sauerstoff und Stickstoff, im Oxidationskatalysator ebenfalls aufoxidiert. Und da oxidiert letztendlich NO mit Sauerstoff zu NO2. Und dieses NO2 hat den großen Vorteil, es senkt die Verbrennungstemperatur meiner Rußpartikel auf ungefähr 300 bis 450 Grad. Und das hat den Vorteil, dass ich in entsprechenden Betriebs- und Lastzuständen den Partikelfilter während des Fahrbetriebes beispielsweise passiv regenerieren kann, beziehungsweise, dass sich der Partikelfilter passiv regeneriert. Ja, das war's von eLearning Kraftfahrzeugtechnik zum Zwei-Wege-Katalysator beziehungsweise Oxidationskatalysator beim Dieselmotor. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch und wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und hören. Bis bald. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020